Jetzt sind wir im Hermann Studio. Da wurde die Talkshow Wolf-Dieter Hermann im November 1993 aufgezeichnet. November, Dezember. Insgesamt 43 Folgen. Das war in Ost-Berlin in Adlershof und ich hatte auch mal meine Tochter Lisa mitgenommen. Wir sind kurz vor einer Aufzeichnung, hatten gerade die Probe. Die Mannschaft konzentriert sich nochmal richtig, weil es muss ja alles funktionieren. Die Redakteurin steht schon da, wartet auf den Moderator. Der sitzt noch, jetzt steht er auf. Das ist Wolf-Dieter Hermann. Der hat diese Sendung moderiert und sie war auch nach ihm benannt. Ein guter Mann. Immer noch ein guter Kollege, obwohl es schon so lange her ist. Meine kleine Tochter Lisa war auch mit dabei. Sie war damals knapp zwei Jahre alt. Es war natürlich eine spannende Zeit. Es war die erste Talkshow in Deutschland, die ich produziert habe mit der AVE zusammen für Sat.1. War alles sehr spannend damals, weil es war Neuland und wir hatten sehr viel Spaß dabei und es war auch sehr anstrengend. Ich nehme meine Tochter auf den Arm. Alles ist aufgeregt. Bald beginnt die erste Aufzeichnung für eine Sendung, die dann in Sat.1 gesendet wurde. Und die lief im Januar 1994 zum ersten Mal. Und Töchterchen läuft auch schon. Es war eine tolle und spannende Zeit damals. In Berlin, im Fernsehen der DDR, auf dem Gelände in Adlershof, wurde das alles aufgezeichnet. Und die Verhältnisse waren damals nicht gerade spektakulär für uns. Das Studio war vor allem Amerikaner entworfen und gebaut worden. David Weller aus New York, der viel für ABC in den USA gemacht hatte. Es war eine tolle Zeit. Pioniergeist ohne Ende. Leider hatte ich damals auch sehr wenig Zeit für meine Tochter. Und sie lacht auch ein bisschen in die Kamera. Und das war es dann auch schon. Es wurde dunkel und wir waren kurz vor der Aufzeichnung.